ja Nein, überhaupt nicht. Das ist doch voll kacke, jetzt habe ich mich da mit Cobblestone rüber gebaut, jetzt muss ich das scheiß Jump'n'Runder machen. Ja, nee, war nicht. Das wäre ja dann viel zu leicht. Ja! Ja, es steht aber falsch drehen bei mir. Ja, und? Du schimpf. Komm, Creeper, geweckt von mir, du hast keinen Bock auf dich passt. Alter, 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 nein, nein, äh! Läuft bei ihr hier. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ja, klar, jetzt ist gleich im Wasser schon eine Spinne, ohne Witz. Ja, jetzt ist ja eh bitte, Tag. Toll. Ah! Nein, schubst mich doch nicht da runter, alter! Ja, sicher! Das ist bei mir alles zersprengt. Moa, das ist doch sowas von kacke! Hier, frisst meine Eier! Okay. Vor allem die Skelette, die sind viel... Nein! Was? Das schießt mich ab von 10 Milliarden Kilometern. Scheiße! Da kommt ein Creeper! Komm, ich will jetzt in mein Haus, dann habe ich meine Sachen wieder, dann kann ich hier wieder... ...alles in Ordnung bringen. Ach du, ich hätte die OP Sachen, ey. Ja, klar. Ich habe sogar verzauberte DIA Sachen. Weiß was ich habe? Ein Steinschwirt. Geil. Respekt Jonas. Schon. Vor allem wenn ich bei dem Jumpin' Run zurück versagt, dann habe ich ja doppelt versagt. Ja, schon. Alter. Aber das ist dann echt... Das ist ja echt das Schwerste, oder? Ja. Weil die anderen, die waren ja nicht sehr schwer. Das ist ja auch das Schwerste. Hm. Vielleicht brauche ich da die Geschwindigkeitsdränge. Was ist das? Direktheilung? Ne, brauche ich nicht. Mh of fallen! Okay, sieh' ich mal versuchen. Okay, warte... Ja. Neiiiiiiin! Wie soll denn der Sprung machbar sein! Jonas, du verrust mich! Das Ding ist saumäßig schwer! Ach was, ey? Ich habe das fast geschafft. wie soll der zweite wie sollen der zweite Sprung bitte gehen ich habe vor dem letzten Sprung versagt als du das geht nicht Lacky nein der zweite Sprung ist unmöglich so weit wie der ist der geht nein im Leben nicht es gibt auch mehrere Wege ja es gibt ja nicht nur den ein Weg oder durch ein Zerber so ja klar wo bist du gerade Jonas ich habe heute wieder meine Spätzeige vergessen und heute hat hier auch nötig nicht ich hab verkauft okay ich bin irgendwo da unten bei den Diamanten hier ist es mir und für die Mitglieder warum denn ja und ich bin zack gekommen hier nicht weit aber im Ernst ja sie meinen Kindern die Spitze die Spitze nicht vergessen letztes Mal bin ich gestorben und da bist du dir schon dabei der Bündchen die Furchtung obwohl ich mach jetzt wieder mein kriegt rechten welchen Krieg in ihr wort war ach so als ich probiere es noch einmal das zu haben werden und wenn das immer noch nicht geht dann muss ich mir was einfallen lassen Prozent und überbauen ohne ja ohne überbauen mit wiederholen wie oft will ich ihm das jetzt noch machen ich schaffe den ersten Sprung nicht als ob nie im Ernst ist die Söder weil es saumäßig schwer schlecht ist mit ihr vielleicht das ist auch bei der Seite genau gleich ach so ja stimmt und ich finde es lustig jetzt muss ich mir was einfallen lassen obwohl ich bin so schlecht dass ich nur nicht mal eine Wolle hab okay das ist deprimierend er du kannst eigentlich nicht in den Zeit lassen ich weiß aber ich will das schon wenn man nicht machen probieren die Zwickler auszurüsten nicht auf mein Speicherplatz reicht so okay okay einmal probier ich noch ja wie viel hast du noch Speicherplatz ja vorhin hatte ich einen Terrarbeit ja also äh reicht schon naja ich kann ich nicht mehr ohne Texterpack und ohne Shader ja ich hab Wolle die Zacki dabei und ich hab Holz dabei ne echt jetzt übertreib schon krass gell hätte ich nie erwartet Jonas wir müssen nachher noch halt den Sieg machen ja ist dein Fall jetzt eigentlich daheim ja hat er noch nix gesagt nix als nächste Woche keine arbeiten nix nix Woche ganz chillig ja okay gut dann kann ich zu wenig arbeiten dann kann ich es verstehen dann kann ich es verstehen da oben ist auch noch Eis darf ich das Eis kaputt machen äh nein echt nicht du darfst nix zerstören und nix nix bauen ich darf nix zerstören und nix bauen ja in dem Charmed Run halt nix 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 ich schaff den ersten Sprung nicht nix 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 ich bin gut so jetzt werde ich durch mal ein bisschen praten was ist die Stur was willst du praten oh man ich will jemanden das war das Mikro ja ich finde Quallen okay jetzt bist du wieder ja nix ich muss jetzt nix praktisch mal ein bisschen ich glaube ich habe ein Plan nein nein nicht alles nein was zu wenig Holz n oder oder nicht ich will hier keine Eier die Erspielzeit gemacht dann brauche ich ja gar kein Holz mehr sondern Eisenspitz also so so jetzt pass auf er wird sogar noch für die Erspielzeit gereichen echt ja so jetzt jetzt wird es bisschen leichter was ich hier mache so um ich stehst es nein gut doch viel zu weit die sind genau eins zu eins nachgebot die Dinger oder n m zelb für ich bin bei den überwischen ja da war ich vorhin auch macht es doch kacke da alles abgesichert mit mit und stein oder ja wird nicht reinbauen ja geht es echt nicht nein du musst dich Jumpern einfach machen ok ich habe einen anderen Plan nein nicht da rein du willst einfach cheaten oder ich will nicht cheaten oder einfach ein ich bin ok ok ich brauche ich brauche Essen ich habe Essen vergessen ich ich auch oh shit oh shit da werde ich jetzt sterben ah nein ich habe ja ich habe hier in der Truhe Essen hey ich bin gut oh shit nein jetzt spricht er vorbei ich habe ich habe ich weiß wie man es macht ich habe ich habe weder was platziert noch irgendwas anderes ja ja du hast gesagt ich darf nicht platzieren oder so oder was bauen ich weiß ja das sind die Regeln ich weiß wie du es machst wie so wollte ich es auch machen vorher von seitlich ja aber du darf seitlich auch nichts platzieren gell ich weiß ja gut aber es geht auf jeden Fall das weiß ich kam das weil das Jump in Run ohne Witz hat da bin ich jetzt einfach zu nur wie zu weil man vor allem weil es ein Eis Jump in Run ist jetzt hast du ja wieder Zeit oder warum äh jetzt schaffst du es wahrscheinlich schnell oder ja wahrscheinlich scheiße bloß wie sich der wieder hochkommt hehehe du musst ja das Jump in Run rückwärts schaffen ja schon ach du scheiße also einmal muss auf jeden Fall schaffen oh fuck außer du kannst fliegen m m so ist es mal ihre Richtung und die Erschwörter jetzt die Schnetzeln Schnatzel ja dann nehme ich mir noch mit ein Bogen Pfeile jetzt muss ich mir das genau analysieren muss ich das genau analysieren was analysieren nix oben auf zwei Schwerter auf eins Spitzaki auf drei essen vier facken fünf wie ich muss es jetzt analysieren wie ich da hinkomme jetzt hab ich keine Spitzaki dabei analysieren ja analysieren mein Gott so los geht's ich muss mich da runterfallen lassen noch mal essen die Grunde Frau Bogen dazu nämlich einfach mal TNT ich sehe dich guck mal guck mal rechts hier hier war bei mir hier das ist da 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 ich will niemand sehen Jürgen TNT okay okay los geht Jonas nein jetzt bin ich da noch mal reingesprungen ach du scheiße da würde ich ja vorbeispringen wenn ich das richtig sehe erstmal gegen Zombies kämpfen nein vorbeigesprungen scheiße ich muss das geht nicht Jonas das geht nein das geht nicht Das liegt nur an dir Alter wie viele Zombies hier sind Oh nein Oh nein das ist Nacht Nein 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 Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Weg mit euch. Weg, 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 weg. Nein, 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 nein. Oh, halbyserz, halbyserz, halbyserz. Ha, 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 ha! Ach, ich find's lustig. Ist doch alles kacke. Alles kacke. Ich wanted's hier oben einfach bis tagisch. Mach das. Nee, mach ich nicht. Find ich gut. Warum hast du mehr Zeit? Ja. Warte, hier ist doch bestimmt ein Schwert. Aber sag ich's. Sag ich's, ne? Wir schaffen es. Ich habe schon am Anfang mit dir eine Studie gehabt, ey. Jetzt sehe ich erstmal, wie leicht es ist. Warte mal. Warum habe ich Schienen? Äh, weiß nicht. Nein, die schicken mich jetzt runter, nein. Nein. Die darf ich aber auch nicht platzieren, gell? So sieht's aus. Oh, oh, oh. Ice Creeper. Aber ich habe nur zwei Herzen verloren. Na, läuft. So, jetzt mach ich nicht schnell, daran die Wolle zu holen. Welche? Alle. Ja, klar. Ohne Witz, wir haben schon das Jumpman geschafft. Wenn das bei dir auch noch so leckert. Einmal fast geschafft. Also ein Sprung war ich davor. Echt? Ja, und dann habe ich kein Bock mehr, dann habe ich aufgehört mit dem Jumpman-Wall. Ohne Witz, das ist sowas von der Seite, oder wie? Kopiert von der Seite. Nein, ich bin nur da aus Born. Nein! Oh nein! Hä? Ich hatte meine Diarechtung dabei. Mit einer Diarechtung gestorben. Ja, ich bin aus der Welt gefallen, der Creeper hat mich rausgespringt. Oh Gott. Oh, nicht schlecht. Das muss ich mir mal zeigen, wie das geht. Ich habe mich nachher gesehen, ey. Oh, komm, ja, Creeper, vertiebt. No! Ich hasse den scheiß Spasten. Ja, klar, übertreib. Alter. Leck mich am Arsch, ihr seid alle behindert, ihr scheiß Viecher. Nein, nein. Ihr seid doch alle... egal. Sie sind doch alle egal. Ja, ich war so nah dran und jetzt... Ah. Wo an der... an dem Ding oder was? Ja. An welcher Farbe? Keine Ahnung. Ja, Jonas geht nicht länger wie eine Stunde, gell? Ja, wenn wir... wir zu dumm sind. Ja, aber wie zum Teufel willst du das Jump'n'Run so schnell schaffen? Das geht ja gar nicht, dann auch noch zurück. Ja, das... weiß ich halt auch nicht. Aber das ist dich voll leicht, also. Ich habe das geschafft. Und du bist ja eigentlich ein Jump'n'Run Noob. Ja, schon. Oder ist das bei dir irgendwie anders? Weil bei mir sind die ersten zwei Sprünge so gut wie unmöglich. Das ist nicht anders. Das ist alles gleich, alles. Oh, komm, ey. Das spielt jetzt viel der Schwerkraft zu Opfern. Ja. Oder brauche ich da irgendwelche Tränke, wo ich gesammelt habe? Mhm. Aber das ist ja Eis. Weiß? Ja, klar. Klein-Omen-Creeper los. Ich habe keinen Bock mehr. Aua. Aua. Alter. Alter! Ja, mach mal Tag. Ah, scheiße, Mann! Was? Ja, ich bin gestorben. Achso. Alter. Ja, jetzt noch ein Enderman. Los, weiter so. Aber eigentlich hätte ich ja gewonnen, weil die Schilder bei mir falsch rum sind. Ja, klar, zwei Spinnen, ey. Komm, verpistet euch. Ja, Alter! Springt mich die Spinne im Flug an. Ah, läuft. Läuft mich auch da. Hallo. Hi. Oh, Mann, ey. Wir haben die Map einfach so verkackt. Hast du am Anfang überhaupt noch schwer da drin bei dir in der Kiste? Nee. Ich schon. Nein, jetzt schließt mich doch nicht schon wieder raus! Oh, ich bin nö. Im Ernst. Wirklich? Ja, komm, hier, Creeper auf. Leg los! Jawohl. Hi. Äh, aber eigentlich hätte ich gewonnen. Okay, warte, ich mach das jetzt nochmal mit dem Rüberlaufen. Was für Rüberlaufen? Ach so. Ja, hol einfach die Wolle und bau dich hoch. Ja. Ist es dann vorbei? Ja. Dann versuchst du mal so lange noch durchzuhalten. Also, wenn du halt die Wolle oben platziert hast. Sagt dann das Spiel automatisch, dass es vorbei ist, oder? Keine Ahnung. Warte, ich mach einfach mal! Ja! Wenn der Alter... Komm, schnell mal rüber. Nee, ohne Witz. Ich baue mir ein paar Blöcke und baue alles zu. Oh Gott! Oh nein, bitte nicht! So, da hat es noch ein paar Blöcke zu. Oh Gott! Nein! Hi, Creeper! Tschüss, Creeper! Ja, war da und dann wollte er irgendwie nicht mehr leben. Oh, okay. Ich hole jetzt die Wolle, Jonas. Mach das! Leute, bin ich hier gestorben? Hm, anscheinend. Oh, Knochenmehl, cool. Hä? Wo hast du Knochenmehl her? Dann zum Anfang noch aus dem Kicht, denk. Hä, ist da Knochenmehl drin? Ja. Oh Gott! Ich hab's nicht mal, mich einzubauen können. Ich hol jetzt mir einfach die Wolle, Scheiß drauf. Ja, aber warum ist das ein Bug, dass die Schilder falsch rum sind? Keine Ahnung. Ich schau, Kage. So. Weil ich hätte jetzt da als Spieler, hätte ich mich einfach rübergebaut, weil er die Schilder in die falsche Richtung war. So wie ich eigentlich gesagt hab. Ja. Eins, zwei. So. Ich mach jetzt Survival. Leute, ich komm da nicht hoch. Oh. Eins, zwei. Ich komm da nicht hoch. Zwei. Ich komm auf den Block nicht hoch. Ich komm auf den Block nicht hoch. Äh, was ich mir jetzt ein Closed-On machen. Oder nee, ich mach das anders. Ich mach das so. Mach das so. Boah, da wäre ich aber fast reingefallen. Oh man, ich hab das gechillt hier, was ich mach. Oh, was machst du? Ich baue mir eine Base auf. Geil. Hey, ich komm das Wasser nicht hoch. Ah, doch jetzt. Boah, also mein... Dein? Meine, oh, da seh die Spur, die Gäste, eineinhalb Stunden. Echt? Ja. Ja, wir haben ja auch früher angefangen, bisschen. Na, 14 Sekunden. Ey. Ich hab'n Creeper gehört. Ich hab'n Creeper. Ich will kein Creeper hören. Hm, hm. Ich hab' jetzt die blaue Wolle. Höh, nicht runterfallen. Wo hast du dich denn eingebunkert überhaupt? Sag' ich nicht. Ganz am Anfang, oder? Ja. Ja, guck. Das hat aber gesagt, was machst du jetzt? Ich mach' jetzt, keine Ahnung, ich chill hier bist du. Endlich die Wolle, wo du hin platziert hast. Ja, mach' das. Hm. So, ich bin schon auf dem Weg. Gut, ich... Ich mach' mal meine Pilzkühen, sag' ich... Oh, oh. Fallschaden. Echt? Cool. Komm, ein Block noch. So. Dann beug' ich mich jetzt gleich hoch, oder? Ja, kann ich du machen. Nein, die Güte, wo ich... Ich hab' die Wolle nicht mehr. So, jetzt kann ich mir hier schön Pilzoppen abzapfen. Und noch ein Bett hinbauen. So. So. Jetzt bräuch' ich das Team Tee. Und... eine, woher will ich denn die hin? Eine Farkel. Eine Farkel. Eine Farkel. Eine Farkel. Eine Farkel. So, ich bin... Ich komm' jetzt... grad zurück. Ich komm' dir zu. Ja. Mach' das. Ja. Mach' das. Okay, wir komm' jetzt da hoch. Okay, wir kommen jetzt da hoch. Ich baue nicht. Ne. Was? Echt? Ich baue nicht. Siehst du mich? Ja. Nein. Alter! Bist du behindert? Ja. Also, viele Versuche hab' ich nicht gebraucht. Nein. Haha. Du wirst nie da hochkommen. Oh. Oh, ne Jonas... Ja! Ja! Nein, nein. Jetzt baut das nicht der Hinterhof, Mann. Ja, klar. Ah! Beschmies. Nein! Jetzt wird mein Platz langsam eng. Welcher Platz? Ich kann halt nicht mehr so hoch ziehen. Der war sehr knapp. Ach, kacke. Uh, da kommt einer. Da kommt der nächste, alter. Nein, meine Pfeili sind sehr scheiße. Jawoll, jawoll. Oh Mann, jetzt hab ich verkackt, ey. Jawoll. Ich hab kein TNT mehr. Doch. Ja, ich muss zwei Türme hier bauen. Wieso zwei? Okay. Einmal zum Schützen, einmal zum, wo ich hoch gehe. So. Komm, geh rein. Los. Ja. Ich hab die Insel erreicht. Ach, kacke. So. Aber ich kann dich noch töten. Aber ich kann dich noch töten. Island of Victory. Hä, muss ich jetzt die da reinsetzen, oder was? Light Blue Wall. Yellow Wall. Und Red Wall. So. Ich bin fertig. Der kommt. Der kommt. Ja. So. Oh oh. Und damit. So. Kommt TNT zu dir geflogen. Nö. 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 Warte, ich komm mal kurz zu dir. Nö. Nö. Oh. Hä? Ich kann nicht fliegen. Loll. Hä, ich hab kreativ und kann nicht fliegen. Ah, doch jetzt. Okay. Ich zieh grad irgendwie nicht. Okay, also. Nach diesem doch etwas längeren, äh. Oder längeres Special hier. Ja. Ja, Jonas hat verloren. Guck mal, wie es bei mir zerbombt ist. Da ist ja bei dir noch gar nichts. Ja. Weil du hast gesagt, bei dir ist es zerbombt. Ich auch. Ja, egal. Ja, guck mal bei mir. Egal. Egal. Ja. Ich bin einfach so schlecht. Oh. Und. Damit verabschieden wir uns, oder? Ja. Ich mach noch kurz hier den, falls ich das find. Alter, ich finde Feuerzeug nicht. Feu... äh, Zeug. So. Und dann verabschieden wir uns hier für dieses Special. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, trotz Snoobigkeit. Alter, hör auf mein Tier abzubauen. Und sagen, bis zum nächsten Special. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Nein. Da explodiert erstmal alles. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.